Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Von Bernhard Günther vom April 2011 Bioportale – Seelenlose Menschen Drei wegweisende Zitate, um die Bühne zu bereiten Ein beträchtlicher Prozentsatz der Menschen, die wir auf der Straße treffen, sind Menschen, die innen leer sind, d.h. sie sind tatsächlich bereits tot. Es ist ein Glück für uns, dass wir es nicht sehen und nicht wissen. Wenn wir wüssten, wie viele Menschen tatsächlich tot sind und wie viele dieser Toten unser Leben regieren, würden wir vor Entsetzen verrückt werden. Aus Sri Aurobindo – Die verborgenen Kräfte des Lebens Der integrale Yoga Es gibt Menschen, die wie Vampire sind. Was sind sie und warum sind sie so? Sie sind nicht menschlich. Es gibt nur eine menschliche Form oder Erscheinung. Sie sind Inkarnationen von Wesen aus der Welt, die sich direkt neben dem Physischen befindet, Wesen, die auf der Ebene leben, die wir die vitale Welt nennen. Es ist eine Welt aller Wünsche und Impulse und Leidenschaften und Bewegungen von Gewalt und Gier und List und aller Arten von Unwissenheit. Aber all die Dynamiken sind auch da, all die Lebensenergien und all die Kräfte. Die Wesen dieser Welt haben von Natur aus einen seltsamen Einfluss auf die materielle Welt und können auf sie einen unheimlichen Einfluss ausüben. Einige bilden sich aus den Überresten des Menschen, die nach dem Tod in der lebenswichtigen Atmosphäre in der Nähe der Erdebene fortbestehen. Seine Wünsche und sein Hunger schweben immer noch dort und bleiben auch nach der Auflösung des Körpers in Form. Oft werden sie dazu bewegt, sich weiter zu manifestieren und zu befriedigen und die Geburt dieser Lebewesen ist die Folge. Aber dies sind Kleinwesen und wenn sie sehr lästig sein können, ist es doch nicht unmöglich, mit ihnen umzugehen. Es gibt andere, weitaus gefährlichere, die niemals in menschlicher Form gewesen sind. Niemals wurden sie in einen menschlichen Körper auf Erden hineingeboren, denn meistens lehnen sie diese Art der Geburt ab, weil Materie Sklaverei ist und sie es vorziehen, in ihrer eigenen Welt zu bleiben, mächtig und boshaft und von dort aus irdische Wesen zu kontrollieren. Denn wenn sie nicht auf Erden geboren werden wollen, wollen sie in Kontakt mit der physischen Natur sein, aber ohne daran gebunden zu sein. Ihre Methode besteht darin, zuerst zu versuchen, ihren Einfluss auf einen Menschen auszuüben. Dann treten sie langsam in seine Atmosphäre ein und können am Ende vollständigen Besitz von ihm erlangen, was die wahre menschliche Seele und Persönlichkeit gänzlich vertreibt. Wenn diese Wesen einen irdischen Körper besitzen, mögen sie menschlich aussehen, aber sie haben keine menschliche Natur. Ihre Gewohnheit ist es, auf die Lebenskraft der Menschen zurückzugreifen. Sie greifen an und erobern die Lebenskraft, wo immer sie können, und ernähren sich von ihr. Wenn sie in ihre Atmosphäre gelangen, fühlen sie sich plötzlich deprimiert und erschöpft. Wenn sie für einige Zeit in ihrer Nähe sind, werden sie krank. Wenn sie mit einem von ihnen leben, kann es sie töten. Aber wie kann man solche Kreaturen aus der Umwelt herausholen, wenn sie einmal dort sind? Die in diesen Wesen inkarnierte Lebenskraft ist von sehr materieller Art und nur in kurzer Entfernung wirksam. Wenn sie nicht im selben Haus wohnen oder wenn sie nicht in derselben Gesellschaft mit ihnen sind, geraten sie normalerweise nicht in deren Einflussbereich. Wenn sie jedoch einen Verbindungs- oder Kommunikationskanal öffnen, zum Beispiel durch Briefe, ermöglichen sie einen Austausch von Kräften und können auch aus großer Entfernung von diesen beeinflusst werden. Der klügste Weg mit diesen Wesen ist, jede Verbindung zu unterbrechen und nichts mit ihnen zu tun zu haben. Es sei denn, sie haben wirklich großes okkultes Wissen und Macht und haben gelernt, sich zu verbergen und zu schützen. Aber selbst dann ist es immer gefährlich, sich mit ihnen zu bewegen. Zu hoffen, sie zu verwandeln, wie es manche Menschen tun, ist eine vergebliche Illusion. Denn sie wollen nicht verwandelt werden. Sie haben nicht die Absicht, irgendeine Transformation zuzulassen. Und alle Anstrengungen in diese Richtungen sind nutzlos. Diese Wesen sind sich im menschlichen Körper nicht oft bewusst, was sie wirklich sind. Manchmal haben sie das vage Gefühl, nicht ganz menschlich zu sein. Dennoch gibt es Fälle, in denen sie bewusst und sehr bewusst sind. Sie wissen nicht nur, dass sie nicht der Menschheit angehören, sondern sie wissen, was sie sind, handeln in diesem Wissen und verfolgen absichtlich ihre Ziele. Die Wesen der vitalen Welt sind von Natur aus mächtig. Wenn sie zu ihrer Macht Wissen hinzufügen, werden sie doppelt gefährlich. Mit diesen Kreaturen ist nichts zu tun. Sie sollten es vermeiden, mit ihnen umzugehen, es sei denn, sie haben die Macht, sie zu vernichten und zu zerstören. Wenn sie gezwungen sind, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, achten sie auf den Zauber, den sie wirken können, also die Flüche, die sie auf sie aussprechen können. Diese vitalen Wesen haben, wenn sie sich auf der physischen Ebene manifestieren, immer eine große hypnotische Kraft. Denn das Zentrum ihres Bewusstseins liegt in der vitalen Welt und nicht in der materiellen Welt. Und sie werden vom materiellen Bewusstsein nicht verhüllt und in den Schatten gestellt, wie es bei Menschen der Fall ist. Rudolf Steiner Zitiert aus Fakultätstreffen mit Rudolf Steiner Auflage 2 vom Juli 1923 Dr. Rudolf Steiner Das kleine Mädchen LK in der ersten Klasse muss etwas wirklich sehr Falsches drinnen haben. Wir können nicht viel tun. Solche Fälle nehmen zu, in denen Kinder mit einer menschlichen Form geboren werden, aber in Bezug auf ihr höchstes Ich keine wirklichen Menschen sind. Stattdessen sind sie mit Wesen gefüllt, die nicht zur menschlichen Klasse gehören. Eine ganze Reihe von Menschen wurden seit den 90er Jahren ohne Ich geboren. Das heißt, sie sind nicht wiedergeboren, sondern menschliche Formen, die mit einer Art natürlichem Dämon gefüllt sind. Es gibt eine große Anzahl älterer Menschen, die eigentlich keine Menschen sind, sondern nur natürliche Menschen. Sie sind Menschen nur in Bezug auf ihre Form. Wir können jedoch keine Schule für Dämonen schaffen. Ein Lehrer fragt, wie ist das möglich? Dr. Rudolf Steiner Ein kosmischer Fehler ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Die Beziehungen von Individuen, die in irdische Existenz kommen, sind seit langem festgelegt. Es gibt auch Generationen, in denen der Einzelnen nicht den Wunsch hat, in die irdische Existenz zu kommen und mit der Körperlichkeit verbunden zu sein oder gleich am Anfang geht. In solchen Fällen treten andere Wesen, die nicht ganz dafür geeignet sind, ein. Dies ist etwas, was heute ziemlich üblich ist, dass Menschen ohne ein Ich herumgehen. Sie sind eigentlich keine Menschen, sondern haben nur eine menschliche Form. Sie sind Wesen wie Naturgeister, die wir nicht als solche anerkennen, weil sie sich in menschlicher Form bewegen. Sie sind auch in Bezug auf alles Spirituelle ganz anders als Menschen. Das Rätsel des Lebens ist nicht so einfach. Wenn ein solches Wesen stirbt, kehrt es zur Natur zurück, aus der es kommt. Die Leiche verfällt, aber es gibt keine wirkliche Auflösung des Ätherleibes und das natürliche Wesen kehrt zur Natur zurück. Es ist auch möglich, dass so etwas wie ein Automat auftritt. Der gesamte menschliche Organismus existiert und es könnte möglich sein, das Gehirn zu automatisieren und eine Art Pseudomoral zu entwickeln. Ich spreche nicht gern über solche Dinge, da wir auch ohne sie oft angegriffen wurden. Stellen Sie sich vor, was die Leute sagen würden, wenn sie hören würden, dass wir sagen, dass es Menschen gibt, die keine Menschen sind. Trotzdem sind dies Fakten. Unsere Kultur wäre nicht in einem solchen Niedergang, wenn die Menschen sich stärker fühlen würden als eine Reihe von Menschen, die, weil sie völlig rücksichtslos sind, zu etwas geworden sind, das nicht menschlich ist, sondern Dämonen in menschlicher Form sind. Zitat Ende Einführung Das sind interessante Zeiten. Auf der einen Seite gibt es Änderungen auf globaler Ebene, die nicht wirklich viel länger ignoriert werden können. Auf der anderen Seite scheint die Mehrheit der Bevölkerung ihr Leben so zu leben, als ob alles so ist, wie es immer ist und immer sein wird, eingeschlossen in eine Tunnelvision von persönlichem und materiellem Interesse. Solange wir uns auf der Grundlage von Konditionierung, Wunschdenken, Unterdrückung oder Verleugnung belügen und den Lügen und den Lügen da draußen glauben und sie mit Wahrheit verwechseln, wird sich nichts ändern. Dies geht auch über eine positive Einstellung hinaus, bei der die Hoffnung nur eine Falle sein und das selbst belügen kann. Der Glaube an Lügen, die in ihrem Erscheinungsbild positiv sind, unabhängig davon, wie gut die Absicht oder das gute Herz der Person gemeint ist, ist tatsächlich negativ und blockiert das Bewusstsein und die spirituelle Entwicklung. Positiv zu sein, kann bedeuten, etwas Negatives anzuerkennen, weil es die Wahrheit ist und weil man es so sieht, wie es ist. Wenn sie einer Lüge glauben, geben sie ihren freien Willen preis, auch wenn dies positiv erscheint und sie sich gut fühlen lässt. Und das hat spirituelle Auswirkungen. In diesen Zeiten des Übergangs ist es unerlässlich, die Wahrheit zu suchen und Objektivität anzustreben, damit wir nicht aus der falschen Wendung Entropie machen. Zitat aus der Gnosis 2 von Boris Moraviev Mit der Annäherung an die Ära des Heiligen Geistes muss nach und nach alles ans Tageslicht gebracht werden, nicht nur die Geheimnisse des Labors, sondern auch die tiefsten Bedeutungen der Esoterik. Gleiches muss mit Illusionen, Irrtümern und Lügen geschehen, die auch aufgedeckt werden müssen, damit sie später korrigiert werden können. Die Welt leidet unter einem Mangel an Harmonie, der auf jeder Ebene tiefer wird, und dies ist eine ernsthafte Gefahr für die moralische und spirituelle Wiederherstellung der Menschheit. Es birgt auch ein ernstes Risiko des Scheiterns in der letzten Phase dieser Übergangszeit, in der wir uns jetzt befinden. Wenn dieses Risiko nicht überwunden wird, erwartet uns die Flut des Feuers. Wir werden immense Anstrengungen unternehmen müssen, um dieses Schicksal abzuwehren, und wir haben sehr wenig Zeit, um es zu tun. Der Mensch hat allein die Schuld an der Größe der erforderlichen Anstrengungen. Dies ist das Ergebnis, seiner hartnäckigen Weigerung, die Warnungen zu betrachten, die die göttliche Stimme immer wieder an ihn gerichtet hat, so wie er sich auch heute blind macht für die Tatsache, daß die Flut des Feuers vorbereitet wird. Zitat Ende Viele Menschen sind sich des Weges, den diese Welt derzeit einschlägt, nicht bewusst. Klar, es gibt einige selbsternannte, aufgewachte und bewusste Leute, die glauben, daß alles so läuft, wie es sein muß, und daß die Menschheit irgendwann in 2012 oder im goldenen Zeitalter aufwachen wird, in dem dann alle erleuchtet werden, ohne irgendwas dafür tun zu müssen, um diesen Zustand zu erreichen. Sei einfach und zeige Liebe, ist heutzutage das Mantra, ohne wirklich zu verstehen, was Sein und Liebe grundsätzlich bedeutet. Ich möchte jedoch nicht in die Fallen der Pseudo-Spiritualität geraten, die heutzutage durch diese New Age Religion gefördert wird. Vergangene Schriften und Videos haben das untersucht. Mein Ziel ist es auch nicht, irgendjemand von irgendetwas zu überzeugen, weil niemand jemand anderen ändern kann. Hier geht's nur darum, einige Grundüberzeugungen in Frage zu stellen und Denkanstöße zu geben. Einige Quellen, die von einem Wandel oder einer Transformation in unserer Zeit sprechen, erwähnen auch eine Spaltung der Menschheit und dass nicht jeder aufwachen wird. Der Hauptgrund dafür ist, in einer sehr interessanten Ausgabe zu finden, mit der sich dieser Planet konfrontiert sieht und über die in verschiedenen esoterischen Lehren geschrieben und durch bestimmtes kanalisiertes Material übertragen wurde. Es handelt sich um zwei verschiedene Rassen, die auf der Erde gleichermaßen von außen existieren, sich jedoch von innen unterscheiden. Die gemeinsame, spirituelle, hochmütige Idee, die heutzutage die Welt durchzieht, ist, wir sind alle eins. Und wenn wir dies erkennen, sollten wir uns unter Weltfrieden und Harmonie vereinen. Alles, was die Weltführer tun müssen, ist, dies anzuerkennen. Daher senden viele Menschen Liebe und Licht an die Herrscher und Führer, damit sie diese Wahrheit auch sehen können, weil sie so fehlgeleitet sind und nur Liebe brauchen und Mitgefühl und so weiter. Nun ja, alles ist eins aus einer höheren Perspektive. Tatsächlich ist es ziemlich offensichtlich, dass alles eins ist, nicht wahr? Der Teufel steckt jedoch immer im Detail. Laura Neidjatschik gibt in ihrem Buch »Die geheime Geschichte der Welt« einen guten Einblick in die Verlegung von höheren Wahrheiten. Viele moderne Lehrer und Gurus sagen uns, da es nur ein Wesen gibt, das alle Dinge durchdringt, müssen wir alles nur als Licht betrachten. Das wird die Dunkelheit verwandeln und wir werden unsere eigene Realität des Lichts erschaffen. Eine solche Aussage ignoriert die Tatsache, dass die Aussage »Gott ist Einer« eine Realität beschreibt, die eine höhere Ebene darstellt, von der aus sich unser eigenes gemischtes Wesen manifestiert. Der Mann, der annimmt, dass er auf dieser Ebene wie Gott werden kann, indem er nur darüber nachdenkt, ignoriert die Tatsachen des Seins gegen das Nichtsein, die von »Gott ist Eins« auf einer Existenzebene ausgehen, die eindeutig mehrere Ebenen über unsere eigenen liegt. Das Böse ist auf seiner eigenen Ebene wirklich, und die Aufgabe des Menschen besteht darin, durch das kosmische Labyrinth zu navigieren, ohne vom Bösen darin befleckt zu werden. Dies ist die Wurzel des freien Willens. Der Mensch sieht sich einer Situation gegenüber, die so wirklich ist, wie er selbst. Er ist gezwungen, sich zwischen dem geraden Pfad, der zum Sein führt, und den krummen Pfaden, die zum Nichtsein führen, zu entscheiden, um sein Wissen zu nutzen, indem er es anwendet. Der Mensch muss in jeder Phase seiner Existenz in dieser Realität zwischen Gut und Böse unterscheiden. Bewusstseinsenergieleiter. Weil sie in der Tat verstehen müssen, dass Gott Bewusstsein und Gott Materie ist. Gott ist Gut und Gott ist Böse. Die Schöpfung nimmt alle unterschiedlichen Eigenschaften der vielen Namen Gottes an. Der Kosmos ist voller Leben und Töten, Vergebung und Rache, Erhebung und Erniedrigung, Führung und Täuschung. Der Versuch, Gottes Standpunkt einzunehmen und auf dieser Ebene alles zu mischen, führt nur dazu, auf dieser Ebene zu bleiben. Deshalb müssen die Menschen immer den Standpunkt Gottes von ihrem eigenen Standpunkt und der Tatsache trennen, dass die gesamte Schöpfung die göttlichen Namen und Eigenschaften annimmt. Zitat Ende Ja, wir sind alle eins, aber wir sind in dieser Erfahrung der dritten Dichte hier auf dem Planeten Erde nicht alle gleich. Sicher, Gandhi und Hitler sind eins, aber einer von ihnen scheint kein Gewissen zu haben. Die größte Illusion und Projektion, die normale Leute zu haben scheinen, ist die Annahme, dass die Menschen in Machtpositionen genauso denken und fühlen, wie wir alle und wenn sie es nicht tun, wird angenommen, dass sie nur irregeführt sind und keine Liebe in ihrem Leben haben. Was aber, wenn es einen Menschentyp gibt, der von Geburt an überhaupt keine Verbindung zu den höheren Zentren universeller Liebe und Bewusstsein hat? Er oder sie ist nicht einmal genetisch auf diese Weise verdrahtet und kann in diesem Leben nicht darauf zugreifen. aber er oder sie kann diese höheren Eigenschaften recht gut nachahmen und vortäuschen und sie sogar von der Entwicklung ablenken, indem sie ihre Energie verbrauchen und davon speisen. Sie können ihnen genau sagen, was sie hören möchten, mitfühlend, einfühlsam und verständnisvoll erscheinen, ohne es ein bisschen zu meinen oder zu fühlen. Und was ist, wenn diese Art von Mensch die Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht? Vielleicht ist er sogar ein Familienmitglied, ein Mitarbeiter, ein Nachbar, ein Chef oder sogar ein enger Freund, ein Liebhaber, ein Ehemann oder eine Ehefrau. Sicher kein angenehmer Gedanke und sicher kein Schlag gegen das populäre New-Age-Paradigma von wir sind alle eins und die Menschheit wird nur durch die Konzentration auf Liebe und Licht und das sogenannte positive Denken erleuchtet werden. Wenn man diese Idee genauer untersucht, mit einem objektiven, offenen und kritischen Verstand, dann bekommt man enorme Hinweise auf den Zustand dieser Welt. Schauen wir uns einige dieser Quellen an, die über die zwei verschiedenen Rassen der Menschheit sprechen. Eines davon ist Boris Morawievs Gnosis-Trilogie. Die Unterdrückung und Verfälschung von esoterischem Wissen ist eines der Mittel zur Kontrolle der Massen hier auf dem Planeten Erde. Das ist seit tausenden von Jahren so. Sogar das in Gnosis vorgestellte Material handelt von einem biblischen Glanz, den man durchforsten muss. Wenn wir in die Zeit des Übergangs eintreten, taucht das tiefere Wissen über unsere Realität und Welt wieder auf, aber nur diejenigen, die es sehen können, werden es wirklich erkennen. Wahrheit schwingt auf einer bestimmten Frequenz und es erfordert einen bestimmten Zustand des Seins, um sie zu sehen, zu verstehen und vor allem anzuwenden. Dies wird durch esoterische Arbeit erreicht. Morawiev merkt an, dass jeder ernsthafte esoterische Unterricht wie im normalen Unterricht fast einheitlich ist. Zitat Es ist allgemein anerkannt, dass niemand ohne Grundschulabschluss die weiterführende Schule besuchen kann. Eine Person kann auch nicht ohne Sekundarschulabschluss an eine Universität zugelassen werden. Diese Gradierungen wählen automatisch diejenigen aus, die aktive Mitglieder der kulturellen Elite der menschlichen Gesellschaft werden können. Genau das Gleiche gilt in der esoterischen Tradition. In unserer modernen Welt begegnen wir jedoch einem merkwürdigen Phänomen. Zum Beispiel Wir würden nicht versuchen, Newtons Binomialsatz zu diskutieren, ohne die Algebra studiert zu haben, denn ohne dies wäre jede Meinung, die wir zu diesem Thema geäußert haben, wertlos. Auf dem Gebiet der Esoterik finden wir jedoch eine Vielzahl von sogenannten Experten, die ihre Meinung zur Esoterik äußern, ohne jemals die Grundlagen dieses Wissens erlernt zu haben. Gleichzeitig fordern einige von ihnen von esoterischen Lehren Einfachheit, nach dem allgemeinen anerkannten Prinzip, dass die Wahrheit selbst einfach sein muss. Sie schließen daraus, dass der Zugang zur Wahrheit ebenfalls einfach sein sollte. Dann behaupten sie, dass die Methoden, um auf die Wahrheit zuzugreifen, leicht assimilierbar sein müssen. Dieses Argument wäre vollkommen richtig, wenn die Menschen und die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, einfach und gerecht wären. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es ist ein langer Weg von unserem Zustand verzerrter innerer Unordnung zu einer ursprünglichen Einfachheit. In der Praxis lenkt die Doktrin der Einfachheit, wenn sie als Aktion betrachtet wird, den Schüler von der Pforte und dem engen Weg ab, der zum Leben führt. Angetrieben von dieser Gegenwahrheit glaubt er, vor dieser Tür zu stehen, wenn er in Wirklichkeit, obwohl zweifellos in gutem Glauben, den weiten Weg geht, der zum Untergang führt, natürlich ad majorem diaboli gloriam. Die Doktrin der Einfachheit, die an sich korrekt ist, aber falsch interpretiert wird, wird zu einer Falle für Herzen und Köpfe, die bereits zu korrupt sind. Eine Gefahr, die erkannt und vermieden werden sollte. Einige Leute beklagen, dass das Thema der Grundlagen der Esoterik nicht einfach ist. Andere haben gesagt, dass es zu großer Klarheit führt. Dieser offensichtliche Widerspruch erklärt sich aus der Tatsache, dass die Esoterik an Leser gerichtet ist, die aufgrund ihrer Natur, Bildung oder persönlicher Erfahrung für esoterische Kultur prädisponiert sind. Es ist für eine esoterisch nicht entwickelte Person schwierig, wenn nicht unmöglich, falsche Propheten spontan zu erkennen. Er wird sie leichter an ihren Früchten erkennen, an den beobachtbaren Ergebnissen ihrer Werke, die als Zeichen dienen. Die Tradition kennt und lehrt eine ganze Wissenschaft der Zeichen. Zitat Ende. Der obige Auszug ist entscheidend für das Verständnis dessen, was heutzutage als Spiritualität dargestellt wird. Wahres esoterisches Wissen hat heutzutage nicht viel mit populärer New Age Selbsthilfe Literatur zu tun. Das, was eben vom Mainstream propagiert wird, das, was auf Oprah Winfrey gezeigt wird, von Eckart Tolle bis The Secret und so weiter oder was auf den Bestsellerlisten steht und in ist. Zu viele Menschen sprechen zu schnell, als ob sie bereits New Age Slogans kennen und wiederholen wie Wir sind alle eins, alles ist Illusion, alles was sie brauchen ist Liebe, seien sie einfach sie selbst, sei im Jetzt und so weiter. Ohne die Tiefe dieser Worte und ihre wahre Bedeutung über die heutige Fastfood-Spiritualität hinaus wirklich zu verstehen. Nicht alles ist falsch, was diese Quellen aussagen. Lügen sind jedoch mit der Wahrheit vermischt und der Teufel steckt immer im Detail. Die Welt ist voll von selbsternannten Gurus und spirituellen Führern, die versprechen, den Suchenden den Weg zu zeigen, wenn sie von der Glaubwürdigkeit ihrer Anhänger profitieren und sich davon ernähren. Das beliebteste New-Age-Material einschließlich Channeling-Quellen dient lediglich als Puffer und Ausrede, eine andere Form der Illusion oder Flucht, aber nicht als Katalysator für echtes spirituelles Wachstum. Wie Morawieff schreibt, Zitat Komfort Das vorherrschende Wort für Fortschritt in seinen vielen verschiedenen Aspekten und in unterschiedlichem Maße ist ein ausreichendes Ziel für die Mehrheit der zivilisierten Männer unserer Zeit. Unter diesen Bedingungen unserer Zeit ist der Mensch nur in sorgfältig abgemessenen Dosen für göttliche Werte offen, die in Grenzen gehalten werden, damit sie sein bürgerliches oder sozialkommunistisches Gewissen nicht stören oder das materielle Wohlergehen, das er erworben hat, gefährden. Zitat Ende Es gibt jedoch noch ein anderes Problem, nämlich, dass wahre esoterische Arbeit und Wissen nur von einem bestimmten Menschentyp erfasst und angewendet werden kann und dass ein anderer Menschentyp diese Fähigkeit in seinem aktuellen Lebenszyklus nicht besitzt. Ein Typ hat eine Seele, der andere ist sozusagen seelenlos. Es gibt keinen Unterschied nach außen und in Bezug auf die Persönlichkeit, aber das Innenleben ist sehr unterschiedlich. Keiner ist besser oder schlechter als der andere, aber alle sind Teil des Evolutionszyklus. Die Idee der Seele ist etwas, worüber viele Religionen, Philosophen und spirituelle Lehren sprechen. Die Frage ist, was ist die Seele und hat wirklich jeder eine? Nach der von Boris Moraviev überlieferten Gnosis gibt es zwei Arten von Menschen, den Adamischen und den Prä-Adamischen. Ein Typ mit Seelenpotenzial, der andere hat keine individuelle Seele. Nur der erstere hat die inhärente Fähigkeit, sich esoterisch zu entwickeln und das magnetische Zentrum aufzubauen, indem die niedrigeren mit den höheren Zentren verschmolzen werden. Letzterer hat in seinem gegenwärtigen Evolutionszyklus keine Möglichkeit, sich mit den höheren Zentren zu verbinden und keinen Zugang zu höherem Wissen oder Bewusstsein oder Liebe. Betrachtet man das indische Chakren-Modell, so kann man sagen, dass der präadamische Mensch nur auf den unteren drei Chakren existiert, ohne dass er Zugang zu den höheren Chakren hat, während der adamische Mensch meist auch auf den unteren Zentren existiert, aber die Fähigkeit hat, die höheren Zentren zu aktivieren und sich damit zu verbinden durch bewusste esoterische Arbeit. Moraviev schreibt, Im ersten Band von Gnosis haben wir bereits mehrfach auf die Koexistenz von zwei im Wesentlichen verschiedenen Rassen hingewiesen. Eine der Menschen und eine der Anthropoiden. Wir müssen betonen, dass der letztgenannte Begriff aus esoterischer Sicht keine abwertende Bedeutung hat. Die Heiligen Schriften enthalten mehr als einen Hinweis auf das Zusammenleben dieser beiden Menschheiten auf unserem Planeten, die sich jetzt in ihrer Form ähnlich sehen, jedoch nicht im Wesentlichen, in ihrer Essenz. Wir können sogar sagen, dass die gesamte dramatische Geschichte, vom Fall Adams bis heute, ohne jedoch die Aussicht auf eine neue Ära ausschließen zu wollen, von der Koexistenz dieser beiden menschlichen Rassen überschattet wird, deren Trennung erst beim jüngsten Gericht stattfinden wird. Das menschliche Unkraut, die anthropoide Rasse, sind die Nachkommen der voradamischen Menschheit. Der Hauptunterschied zwischen dem heutigen präadamischen Menschen und dem adamischen Menschen, ein Unterschied, der von den Sinnen nicht wahrgenommen wird, besteht darin, dass der Erste nicht die entwickelten höheren Zentren besitzt, die beim Letzteren existieren, obwohl sie von seinem Wachbewusstsein abgeschnitten wurden seit dem Fall, aber sie bieten ihm eine echte Möglichkeit der esoterischen Evolution. Abgesehen davon sind die beiden Rassen ähnlich. Sie haben die gleichen unteren Zentren, die gleiche Struktur der Persönlichkeit und den gleichen physischen Körper. In Bezug auf die Schönheit dürfen wir nicht vergessen, dass voradamische Männer und Frauen am sechsten Tag von Gott erschaffen wurden, nach seinem Bild und nach seinem Abbild und dass die Töchter dieser Rasse wunderschön waren. Indem er sich mit dem Ich seiner Persönlichkeit identifizierte, verlor Adam das Bewusstsein seines wahren Ichs und fiel aus dem Eden, das sein ursprünglicher Zustand war, in denselben Zustand wie die Prä Adamica. Die beiden Menschheiten, die aus zwei verschiedenen schöpferischen Prozessen stammten, die sich später auf der Ebene des organischen Lebens auf der Erde mischten. Von da an wurde das Zusammenleben dieser beiden menschlichen Typen und die Konkurrenz, die das Ergebnis davon war, zur Norm. Wir können das im Laufe der Jahrhunderte sehen, sogar bis in die heutigen Tage, in denen der Adamische Mensch in seinem Zustand nach dem Sturz im Allgemeinen in einer schlechteren Position zu den Prä-Adamischen Menschen steht. Diese Situation mit ihren praktischen Konsequenzen und Problemen wird Gegenstand einer eingehenden Untersuchung sein. Dies ist notwendig, weil sich die Ära des Heiligen Geistes nähert, an deren Ende die Frage nach der Trennung des Unkrauts vom guten Samen auftaucht. Im Moment beschränken wir uns darauf, diesen zeitgenössischen adamischen Menschen zu wiederholen, der den Kontakt zu seinen höheren Zentren, zu seinen höheren Chakren und damit zu seinem wahren Ich verloren hat und praktisch genauso aussieht wie sein präadamisches Gegenstück. Im Gegensatz zu Letzterem hat er jedoch immer noch seine höheren Zentren, die ihm die Möglichkeit geben, dem Weg der esoterischen Evolution zu folgen. Gegenwärtig wird dem präadamischen Menschen diese Möglichkeit vorenthalten, aber es wird ihm gegeben, wenn sich die adamische Menschheit in der Zeit des Heiligen Geistes so entwickelt, wie es sein sollte. Nicht jeder hat Zugang zu höheren Zuständen des Seins und des Sehens. Moraviev gibt Beispiele dafür, wie die Existenz der beiden Rassen durch Rassismus und soziale Kontrolle verfälscht und missbraucht wurde. Adamische und präadamische Männer sind bei allen Menschen auf der ganzen Welt anzutreffen. Es kann sogar beide Typen in derselben Familie geben. Der Unterschied hat nichts mit rassischen, kulturellen oder nationalen Merkmalen zu tun. Die wahre Bedeutung der beiden Menschheiten geht auf die Idee des blauen Blutes und der Verschmutzung der Blutlinie zurück, als sich beide Rassen vermischten, nachdem der adamische Mensch aus seinem ursprünglichen Zustand gefallen und sich mit seinem falschen Ich identifiziert hatte, das Ich der Persönlichkeit. des Egos. Nochmal Moraviev zitierend Diese Tatsache wurde vor sehr langer Zeit begründet oder realisiert und war Teil des nationalen, sozialen und juristischen Bewusstseins vieler antiker und moderner Völker, obwohl sie verzerrt wurde, weil sie im Allgemeinen in einem falschen Licht gesehen wird. Man findet seinen Einfluss in der indischen Idee des Unberührbaren, dem griechischen Heloten, dem jüdischen Goy, dem mittelalterlichen europäischen Weißen und schwarzen Knochen, dem deutschen Nazi-Untermenschen und so weiter. Die Legende vom Blauen Blut gehört übrigens nicht zum Bereich der reinen Fantasie. Der Fehler liegt nicht in der Vorstellung von Blauem Blut als psychosomatischem Phänomen, sondern in der naiven mittelalterlichen Überzeugung, dass dieses sogenannte aristokratische Blut automatisch von Vater zu Sohn übergeht. Wir müssen auch bemerken, dass das andere Extrem, die den Theoretikern demokratischer und sozialistischer Revolutionen so beliebte gleichberechtigte Auffassung der menschlichen Natur, ebenfalls fehlerhaft ist. Die einzige wirkliche Gleichheit der Subjekte nach innerem und internationalem Recht ist die Gleichheit der Möglichkeiten, da die Menschen ja unterschiedlich geboren werden. Was folgt sind Auszüge aus einem Kapitel mit dem Titel Organic Portals The Other Race aus The Secret History of the World von Laura Knight Yatschik, basierend auf den Cassiopäen Übertragungen, Muraevs Gnosis und Psychopathologie. Das Thema Organic Portals wird auch im Artikel Spiritless Humans von Tom Montauk vertieft. Organic Portals ist ein Begriff, der von den Zees geprägt wurde und sich auf den präadamischen Menschen nach Muraev bezieht. Bioportale Die andere Rasse Eines Eines der schwierigeren Konzepte ist das Konzept des Bioportals. Wir haben im Laufe der Jahre Hasspost erhalten, hauptsächlich von religiösen Mainstream-Typen und New-Age-Gläubigen, aber wir bekommen noch mehr Briefe von Menschen, die beinahe erleichtert darüber sind, endlich eine Erklärung für Dinge zu haben, die sie ihr ganzes Leben lang beobachtet haben. Was Anstoß zu erregen scheint, ist das Konzept, dass es mehr als einen Menschentyp geben kann. Lassen Sie uns in diesem Punkt klar sein. Wir meinen nicht, was gemeinhin oder traditionell als Rasse verstanden wird und lehnen jeden Versuch ab, Checklisten zu kennzeichnen und zu erstellen. Was wir genau meinen, wird weiter unten im Artikel erläutert. Moraviev erzählt uns, dass es ursprünglich zwei Rassen gab, die sich auf der Erde entwickelten und dass diese beiden Rassen, obwohl sie physisch fast identisch waren, aus seelischer Sicht sehr unterschiedlich waren. Es scheint, dass der eine das Potenzial hatte, in diesem Leben eine souveräne und integrale Seele zu entwickeln, während der andere im Vergleich dazu als leerer Zylinder dastand und dazu bestimmt war, eine weitere Drehung des Rades oder einen kosmischen Zyklus abzuwarten. Die adamische Rasse ist die Rasse, die den Fall erleidet hat, was bedeutet, dass die Verbindung zwischen den höheren Zentren, die den Zugang zu höherem Wissen und Gewahrsein ermöglichen, und den niederen Zentren, die die physische Existenz regeln, unterbrochen wurde und der adamische Mensch in demselben Spielplatz wie der präadamische Mensch zurückgelassen wurde, der uns effektiv alle zu organischen Portalen macht, bis wir lernen, wie man die Seele entwickelt. Grundsätzlich ist der adamische Mensch, bis er beginnt, sich durch esoterische Arbeit bewusst zu entwickeln, auf der gleichen Ebene wie der präadamische Mensch, also ein organisches Portal oder Bio-Portal. Er hat jedoch das Potenzial, durch Arbeit und bewusste Bemühungen, eine Seele zu entwickeln, also die höheren Zentren zu aktivieren. Daher ist jeder im Wesentlichen ein organisches Portal bis zum Erwachen der höheren Zentren, was nur für den adamischen Menschen möglich ist. Als wir weiter nach Psychopathen forschten und insbesondere das Werk The Mask of Sanity von H. Cleckley lasen, kamen wir zu dem Schluss, dass es einen Psychopathen gibt, den wir Gartenvielfalt nennen. Dies ist der Psychopath, der in dem Sinne erfolgreich ist, dass er nicht erwischt wird. Er agiert unsichtbar in der Gesellschaft. Er sieht genauso aus und handelt so, wie wir es tun und geht den Aktivitäten des täglichen Lebens nach und doch fehlt etwas. Wie Cleckley es beschreibt, Zitat, Der Betrachter wird mit einer überzeugenden Maske der Vernunft konfrontiert. Alle äußeren Merkmale dieser Maske sind intakt. Es kann nicht von Fragen verdrängt oder durchdrungen werden, die sich auf tiefere Persönlichkeitsebenen beziehen. Der Prüfer stößt nie auf das Chaos, das manchmal bei der Suche unter der Oberfläche eines paranoiden Schizophrenen auftritt. Die Denkprozesse behalten ihren normalen Aspekt bei psychiatrischen Untersuchungen und bei technischen Tests, die darauf abzählen, obskure Beweise für eine Störung zu erbringen. Die Untersuchung ergibt nicht nur eine gewöhnliche zweidimensionale Maske, sondern ein solides und substanzielles strukturelles Bild der gesunden und rationalen Persönlichkeit. Man könnte ihn dann im wahrsten Sinne des Wortes als ein Beispiel dessen ansehen, was Trelat mit seinem Ausdruck La Folie Lucide zu bezeichnen beabsichtigte. Darüber hinaus funktioniert diese Persönlichkeitsstruktur in allen theoretischen Situationen auf eine Weise, die anscheinend mit der normalen, gesunden Funktionsweise identisch ist. Logische Denkprozesse können im perfekten Betrieb gesehen werden, egal wie sie unter experimentellen Bedingungen stimuliert oder behandelt werden. Darüber hinaus findet der Betrachter verbale und mimische Ausdrücke, Töne der Stimme und alle anderen Zeichen, die wir als Überzeugung und Emotion und das normale Erleben des Lebens ansehen, wie wir es selbst kennen und wie wir es in anderen annehmen. Alle Werturteile und emotionalen Beurteilungen sind vernünftig und angemessen, wenn der Psychopath in mündlichen Prüfungen getestet wird. Nur sehr langsam und durch eine komplexe Einschätzung oder Beurteilung aufgrund zahlreicher kleiner Eindrücke kommt die Überzeugung auf, dass es sich trotz dieser intakten rationalen Prozesse, dieser normalen emotionalen Affirmationen und ihrer konsequenten Anwendung in alle Richtungen, hier überhaupt nicht um einen vollständigen Menschen handelt, sondern mit etwas, das eine subtil konstruierte Reflexmaschine suggeriert, die die menschliche Persönlichkeit perfekt imitieren kann. Dieser reibungslos funktionierende psychische Apparat reproduziert beständig nicht nur Beispiele guter menschlicher Überlegungen, sondern auch geeignete Simulationen normaler menschlicher Emotionen als Reaktion auf nahezu alle unterschiedlichen Stimuli des Lebens. Diese Reproduktion eines ganzen und normalen Menschen ist so perfekt, dass niemand, der ihn in einem klinischen Umfeld untersucht, wissenschaftlich oder objektiv darlegen kann, warum oder wie er nicht real ist. Und doch werden wir irgendwann wissen oder fühlen, dass die Realität im Sinne eines vollständigen gesunden Erlebens des Lebens nicht hier ist. Kleckle beschreibt eine Person, die in der Lage ist, die menschliche Persönlichkeit nachzuahmen, aber den Eindruck hinterlässt, dass etwas nicht da ist. Sie haben eine Persönlichkeitsstruktur, die auf eine Weise funktioniert, die anscheinend mit der normalen, vernünftigen Funktionsweise identisch ist. Und doch, wenn alles gesagt und getan ist, haben wir es hier nicht mit einem vollständigen Menschen zu tun, sondern mit etwas, das eine subtil konstruierte Reflexmaschine suggeriert, die die menschliche Persönlichkeit perfekt imitieren kann, bis zu dem Punkt, dass niemand, der ihn in einem klinischen Umfeld untersucht, wissenschaftlich oder objektiv darlegen kann, warum oder wie er nicht real ist. Außerdem müssen wir uns daran erinnern, dass es sich bei Kleckley um klinische Fälle handelt, die Psychopathen, die erwischt wurden, die eine Programmstörung haben, sonst wären sie nicht in seinem Büro gewesen. Diese Leute können auch mit kleinen Pannen fast unmerklich unter uns weilen. Der hier als organisches Portal bezeichnete Typ, aus Gründen, die noch klar werden, ist ein Mensch, dessen Nachahmungsfähigkeiten so weit entwickelt sind, dass er nur nach jahrelanger Beobachtung entdeckt werden kann. Der Psychopath ist das gescheiterte organische Portal. Die meisten Bioportale neigen nicht dazu, Gesetze zu brechen. Tatsächlich haben die meisten überhaupt keine wirklichen Neigungen, außer die A-Einflüsse, ein Begriff von Morawieff, zu verfolgen, die auch als soziale Normen bekannt sind, wie Geld, Karriere, Geschlecht, Ehe, Ruhm oder eine Vielzahl anderer Ideale, nach denen wir alle von klein auf streben sollten. Die Erreichung dieser Ziele wird in der globalen Gesellschaft als Höhepunkt der Suche nach Glück hochgehalten, doch aus dem heutigen Zustand unserer Welt geht hervor, dass wahres Glück nach wie vor so illusorisch und schwer fassbar ist, zumindest für diejenigen, die eine Ahnung haben, dass es etwas mehr gibt. Woher kommen also diese Lebensziele, die uns so schlecht dienen? Ist es möglich, dass sie tatsächlich die Ideen und Ziele eines anderen Menschen für uns sind? Liegt es im Interesse eines anderen Menschen, dass die meisten von uns ihre Kräfte und Anstrengungen für ein erfolgloses Streben nach schimärischem Glück verwenden? Dieses Konzept ist bei Cassiopeia.org nicht neu und daher eine Idee, die für normale Leser der Webseite nicht ungewöhnlich ist. Neu und in der Tat sehr ungewöhnlich ist die Idee, dass Milliarden dieser Bioportale vektorisiert wurden, um diejenigen, die sich dieses Konzepts nicht bewusst sind, davon abzuhalten, sich in der Wildnis und Wüste zu verlieren und um die fortgesetzte Produktion von Luge, von der gesamten Menschheit, sicherzustellen. Es sollte hier angemerkt werden, dass es sich bei Bioportalen nicht um eine Form von Bösartigkeit handelt, sondern dass sie einfach gemäß ihrer Natur handeln und dies erscheint zu einem großen Teil als seelenlos. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist nichts falsch daran, ein organisches Portal zu sein. Sie erfüllen eine spezifische Funktion im großen Existenzschema. Sie können nichts anderes sein als das. Als sich die Forschungen, Ideen und Gedanken entwickelten, war es eine Offenbarung nach der anderen und es wurde bald klar, wie möglicherweise dieser großartige Plan hätte umgesetzt werden können. Es scheint, als gäbe es möglicherweise drei Milliarden organische Portale, die sich den Planeten teilen, das heißt, einer von zwei Menschen auf dem Planeten ist möglicherweise tatsächlich seelenlos. Moravievs Beschreibung des Falls der adamischen Rasse folgt ebenfalls den gleichen Linien wie die Beschreibung, die uns von den C gegeben wurde, wo wir sehen, dass dies eine symbolische Version des Falls unserer Bewusstseinseinheit ist. Untertitelung des